Mein Name ist Schutuf und ich bin führender Marktleiter von www.wirkaufendeintillbacks.de Du weißt nicht, was du mit deinem alten Tillbacks machen sollst? Wir schon! Wir wissen, was du mit deinem alten Tillbacks machst. Du möchtest Geld verdienen mit deinem alten Tillbacks? Dann bist du bei uns falsch! Wenn wir kaufen heißen, nee, wir nehmen nur gerade das Tillbacks. Und wie das geht, zeigen wir dir jetzt. Und du kannst bei uns eine originale Tillbacks haben. Schöne Tillbacks. So schön einen in der Hand zu halten. Kauf jetzt einen schönen Tillbacks, die es nur bei uns und bei 25.000 anderen Leben gibt. Und du fragst dich ja ständig, was passiert mit deinem Geliebten, mit dem du schon so viel... Okay. Du fragst dich jetzt, was mit deinem Tillbacks passiert, den du so sehr geliebt hast. Das zeigen dir wir jetzt. Nach diesen tollen Werbesports fragen sie sich bestimmt, was kostet das denn jetzt eigentlich? Natürlich, das ist total günstig bei uns. Wollen sie ihren alten Tillbacks bei uns abgeben, kostet es einmal 15.000. Wenn sie ihren alten Tillbacks bei uns abgeben wollen. Versand kostet auch nochmal 25.000. Vor allem für 40.000. Dann sind wir bei 40.000. Und dann natürlich noch mit einem neuen, weil man ja, wenn man einen alten bei uns zurück ist, natürlich ja auch einen neuen schon bekommt, weil wie wäre die Welt ohne Tillbacks, ja? Und das kostet auch dich nochmal 111.000 Euro. Also bei uns gibt es eigentlich nur Schnäppchen. Und warum empfehle ich ihnen unsere Seite? Gar nicht. Eigentlich ist es nicht empfehlend wert, unsere Seite zu nehmen. Ist wirklich nicht empfehlend wert. Okay. Kaufen sie jetzt bei uns ein oder verkaufen sie bei uns. Bei www.wir-kaufen-tillbacks.de www.wir-kaufen-tillbacks.de